Hallo Bavaria-Fan, schön dich auf dem Kanal zu haben. Dringend! Es ist jetzt raus und ich bringe es euch Fans. Möchtest du alles beim FC Bayern erleben? Jetzt abonnieren, um mit den neuesten FC Bayern Nachrichten aktualisiert zu werden. Sobald das erledigt ist, kommen wir zu den Neves. München, endlich ist die Katze aus dem Sack. Am Donnerstagnachmittag stellte Hansi Flick seinen DFB-Kader für die WM 2022 vor und überraschte mit der einen oder anderen Personalieentscheidung. An Erfahrung wird es dem deutschen Team bei dieser WM allerdings nicht mangeln. Mit Kapitän Manuel Neuer, 36, und Thomas Müller, 33, sitzen zwei absolute Urgesteine des DFB im Flieger nach Katar. Der Müller-Heilungsprozess in der Adduktorenmuskulatur scheint gut zu verlaufen. Das Video ansehen und dein Leak noch nicht hinterlassen? Klicken Sie schon auf den Leak-Button, damit YouTube FC Bayern immer mit Ihnen empfehlen. FCB-Manager Julian Nagelsmann machte Anfang der Woche deutlich, dass er mit dem 33-Jährigen kein Risiko eingehen wolle. Müllers Fokus liegt nun also ganz auf der WM im Wüstenstaat, dem Turnier, auf das er seit Monaten hin arbeitet. Ich bin überzeugt, dass er noch nie so gut auf eine WM vorbereitet war, betonte Flick bei der Vorstellung des Kaders. Da muss der DFB-Manager recht haben, schließlich erklärte Müller vor der Saison, dass er sich mit Sondertrainings auf die WM vorbereiten werde. Und Ihre wunderbaren Fans, stimmen Sie Müllers Kall zu? Oder nicht? Lassen Sie hier Ihre Meinung, ich würde gerne wissen, was Sie von diesem denken. Ihre Meinung ist für den größten deutschen Klub sehr wichtig. Greif zu. Bleiben Sie auf dem Kanal auf dem Laufenden, weil wir immer mit den neuesten Nachrichten vom FC Bayern auf dem Laufenden sind. Abonnieren um nichts zu verpassen. Aktivieren Sie die Nachrichtigungsglocke. Vielen Dank.